Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja woher kam der Asteroid, der damals vor 66 Millionen Jahren ein großes Massensterben auf unserem Planeten ausgelöst hat? Das ist eine Frage, die ist tatsächlich nicht so einfach zu beantworten, denn von diesem Asteroiden ist tatsächlich nicht viel übrig geblieben aufgrund des Einschlages. Aber Wissenschaftler haben sich trotzdem die Mühe gemacht und haben mal geguckt in den Ablagerungsschichten, die diesem Impact zugeordnet werden. Was könnte denn damals dafür verantwortlich gewesen sein oder wo kam denn der Asteroid her? Und was man entdeckt hat ist, dass in den Schichten ein relativ hoher Kohlenstoffanteil vorhanden ist. Und dieser hohe Kohlenstoffanteil ist normalerweise typisch für Asteroiden, die sich relativ weit von der Sonne entfernt entwickelt haben. Also nicht aus dem Asteroidengürtel, den wir kennen, also unserem Hauptgürtel zwischen Mars und Jupiter, sondern ein Asteroidengürtel, der sich weiter draußen befindet. Unser Sonnensystem hat mehrere Asteroidengürtel. Der Hauptgürtel, den wir als solchen bezeichnen, befindet sich eben relativ nah an der Sonne. Aber draußen gibt es auch Bereiche, in denen sich Asteroiden damals gebildet haben, als die Erde entstanden ist. Und einer dieser Asteroiden scheint sich wohl auf dem Weg ins Innere des Sonnensystems gemacht zu haben. Nun, das kann verschiedene Gründe haben, warum sowas passiert. Zum Beispiel eine Begegnung mit einem größeren Planeten dort draußen, zum Beispiel Uranus oder Neptun. Das könnte schon ein Grund gewesen sein, warum der dann irgendwann mal Richtung Innere Sonnensystem unterwegs war. Allerdings gibt es noch eine andere Möglichkeit, nämlich ein interstellares Objekt. Das heißt also ein Objekt, welches von unserem Sonnensystem eingefangen wurde oder hauptsächlich natürlich von der Sonne, weil die über 99 Prozent Masse des gesamten Sonnensystems ausmacht. Und da kann das schon passieren. Auch ein anderer Grund könnte dafür verantwortlich gewesen sein, zum Beispiel ein Stern, der uns sehr nahe kommt, der eben dann eine Turbulenz draußen erzeugt hat. Das heißt also manche Objekte abgelenkt hat und die könnten dann ins innere Sonnensystem wandern. Solche Abläufe gab es schon öfter in unserem Sonnensystem. Das Sterne uns sehr, sehr nahe gekommen sind. Und die hypothetische oder ja wahrscheinlich vorhandene Ortsche Wolke, die sich da draußen befindet, da gibt es Milliarden und Billionen von Objekten. Ja und einer dieser Objekte oder eines dieser Objekte, Entschuldigung, könnte dann abgelenkt worden sein. Aber eins ist klar, dieser Asteroid muss von sehr draußen, sehr weit draußen gekommen sein, um eben ja das zu repräsentieren, was man eben entdeckt hat bezüglich der Ablagerungsschichten. Und der Einschlag selber war natürlich verheerend. Ja, dieser Asteroid hatte einen Durchmesser also um die 10 Kilometer. Und das ist natürlich enorm. Die Masse eines solchen Objektes inklusive der Geschwindigkeit, die wir mal so bei 25 Kilometer pro Sekunde ansetzen, nur um in irgendeinem Rahmen zu bleiben, der normalerweise bei solchen Objekten dann auch eintritt. Oder besser gesagt, die Geschwindigkeit, die man dort messen kann. Bei einem interstellaren Objekt wäre es tatsächlich ein bisschen anders. Das heißt also, dieses Objekt könnte wesentlich schneller unterwegs gewesen sein. Und dann kommt eben wieder die Frage, okay, wie viel Masse hatte das Objekt selber? Aber man kann wohl davon ausgehen, so um die 10 Kilometer. Und der Einschlag selber, das war ein Ereignis, was auf unserem Planeten tatsächlich öfter vorkommt, als man sich das denkt. In der Frühzeit unseres Sonnensystems tatsächlich wesentlich häufiger und dann mit einer abnehmenden Wahrscheinlichkeit, sofern ja eine gewisse Logik dahinter bleibt. Das heißt also, dass nicht äußere Einflüsse, zum Beispiel andere Sterne, plötzlich Materie außerhalb unseres Sonnensystems in unsere Richtung befördern. Aber gut, wenn man die Ortscher Wolke noch mit dazu zählt zum Sonnensystem, dann ist es natürlich eher so, dass diese Beeinflussung dann auch Teile der Entwicklung unseres Sonnensystems plötzlich in unsere Nähe befördert. Das könnte eben auch diese Einschläge verursachen. Solche Perioden gibt es ab und zu mal gehäuft. Das heißt also, da gibt es dann mehr Einschläge auf unserem Planeten. Und die generelle Abnahme der Ereignisse ist eben auch dem geschuldet, dass Objekte, die in unserem Sonnensystem auf Kollisionskurs mit Planeten sind, über diese lange Zeit hinweg irgendwann mal irgendwo schon eingeschlagen sind. Aber wie gesagt, externe Effekte können dafür sorgen, dass auch heutzutage noch eine Häufung an Einschlägen stattfindet. Und ja, der Einschlag selber, hier in dieser Simulation in Universe Sandbox, war natürlich eine absolute Katastrophe und für die höheren Lebewesen eine Nahrungsmittelproblematik. Das heißt also, es gab aufgrund des Einschlages große Zerstörungen, Pflanzen wurden einfach verbrannt und das nicht nur im direkten Einschlagsbereich oder auch darum herum, sondern weltweit. Weil der Einschlag so heftig war, dass Brocken in den, ja, Orbit befördert wurden sozusagen. Und die sind aber nach einer Zeit dann auch wieder eingeschlagen. Das heißt, es gab weltweit Waldbrände damals mit extremen, in extremen Ausmaß. Nichts, was wir heute damit vergleichen könnten. Und das hat dann eben zum Kollaps der Nahrungskette geführt. Und am Ende des Tages war es dann so, dass sehr viele höhere Tierarten ausgestorben sind. Vor allem Tierarten, die sehr viel Nahrung brauchten. Also zunächst einmal die Pflanzenfresser, die damals existiert haben, die Dinosaurier. Was die da am Tag so weggefuttert haben, das war Wahnsinn. Ja, nichts im Vergleich zu dem, was wir heute auf unserem Planeten an Lebewesen hätten. Und deswegen war es eben dann auch so, dass aufgrund dieser Thematik das dann dazu geführt hat, dass sehr viele Lebensformen ausgestorben sind. Hier seht ihr jetzt unter anderem in diesem roten Kreis, den ich jetzt noch zusätzlich mit dazu gemacht habe, Südamerika, Afrika und so weiter, wo man denn diese Ablagerungen genau untersucht hat. Aber das ist nicht, ja, die gesamte Niederschlagszone, denn grundsätzlich kann man auf dem gesamten Planeten die Auswirkung dieses Einschlages feststellen und dann auch in Gesteinsschichten nachweisen. Kohlensstoffanteil, wie gesagt, war sehr hoch vom Asteroiden selber. Das kann man relativ gut unterscheiden, ob dieser Kohlenstoff von der Erde stammt oder ob der von draußen gekommen ist, also durch einen Asteroiden. Die Gesteinsschichten, die man dann eben untersucht hat, haben eben gezeigt, dass es sehr große Ablagerungsschichten gibt, die zu diesem Ereignis passen zeitlich. Und wenn man das dann genauer untersucht, dann stellt man fest, aha, also die Zusammensetzung dort, die deutet darauf hin. Jetzt eine Studie zu diesem Thema, die gemacht wurde. Das heißt also, das ist jetzt etwas, was diskutiert wird, inwiefern diese Theorie, die hier aufgestellt wurde, dann auch sich verfestigt bei den Peer Reviews. Das heißt also, wenn es dann nochmal durchgelesen wird und dann nochmal genau geprüft wird, weil dann schaut man sich das eben nochmal an und nochmal. Auch verschiedene andere Wissenschaftler werden das machen und wenn das dann einigermaßen konsistent ist in seiner Ausführung, dann kann man sagen, okay, wir wissen also dann, dass dieser Asteroid tatsächlich aus den Tiefen unseres Sonnensystems kam und nicht aus dem Asteroidengürtel selber, der ja wesentlich näher dran wäre und so auch in manchen Filmen immer dafür verantwortlich gemacht wird, wenn da irgendwas auf uns zukommt. Aber die größere Gefahr, meine Lieben, das haben wir auch mit Oumuamua gesehen und mit Borisov, sind tatsächlich interstellare Objekte. Denn die sind nicht ausgemerzt worden durch unser Sonnensystem und durch die ganzen Planeten und die ganzen Einschläge, sondern die kommen einfach von irgendwo her und können dann natürlich auch die Erde treffen. Ich meine, die Chance ist zwar sehr gering, aber über eine sehr, sehr lange Zeitperiode hinweg relativieren sich Chancen dann auch wieder und dann kann es tatsächlich sein, dass ein interstellares Objekt auf unsere Erde einschlägt und dieses Objekt könnte riesig sein. Wir sprechen hier teilweise von Durchmessern bis zu 200, 300 Kilometern, was irgendwo in einem anderen Sonnensystem rausgekickt wurde. Oder wenn uns ein Stern zum Beispiel zu nahe kommt, dann kann es zu einem Austausch kommen, sogar von Planeten. Das heißt also, wenn so ein Stern uns sehr, sehr nahe kommt, dann kann unsere Sonne, wenn sie zum Beispiel massereicher ist, tatsächlich einen Planeten klauen von dem anderen Sternensystem. Und bei Planet 9 kann man durchaus darüber diskutieren, ob das nicht der Fall ist. Das heißt also, Planet 9 wahrscheinlich gar nicht aus unserem Sonnensystem ist, sondern tatsächlich ein interstellares Objekt, welches von unserer Sonne einfach mal gecatcht wurde und jetzt eben vielleicht da draußen existiert. Wobei wir hier auch noch keinen direkten Beweis haben. Also das ist alles momentan noch in der Schwebe sozusagen. So, meine Lieben, sehr interessantes Thema. Wie gesagt, diese Studie zeigt uns, was möglich ist bezüglich auch dieses Asteroiden, muss aber erst noch genauer verifiziert werden bezüglich auch der Aussagen generell. Aber es scheint wohl so zu sein, dass der Einschlag damals vor 66 Millionen Jahren einem Objekt geschuldet ist, welches sich ja sehr weit draußen in unserem Sonnensystem befunden hat. So, meine Lieben, schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!